Ein Joka in Österreich, Deutschland und Frankreich, auch Jolly genannt, ist eine Spielkarte verschiedener Kartenspiele. Darauf findet sich gewöhnlich das Bild eines Hofnarren. Der Joka wird meist als wilde Karte eingesetzt, also als Ersatz für eine beliebige Karte. Der Joka kommt nur in Spielen mit französischen Farben vor. Normalerweise gibt es pro Spiel Stapel mit 52 regulären Karten drei Joka, jedoch werden nicht unbedingt alle drei verwendet. Bei der häufigsten Rommel-Variante gibt es zum Beispiel zwei Karten Stapel, aber insgesamt nur vier Joka. Außerdem gibt es Joka im Kanaster, Burako sowie in einigen Poker-Varianten. Der Joka wird gelegentlich als der letzte Überrest der eigenständigen, nummerierten Trump-Freie im Tarok bzw. Taroblatt angesehen. Dieser Trumpf wird als Torheit, Le Fou Il Mato oder The Fool bezeichnet, später wurde er zum Skies. Im Tarok-Spiel gilt er als höchster Kartenwert, der Skies übertrifft alle anderen Trümpfe. Hier naht der Nah, hier macht sich der Nah einen Spaß. Oder Georg, in seiner modernen Entwicklung wird er jedoch auf eine amerikanische Entwicklung des 19. Jahrhunderts zurückgeführt. Ausgehend von dem Spiel Euchre, das durch elsässische Einwanderer nach Amerika gebracht wurde. Auf der anderen Seite waren Tarot, Tarok, Taroki und auch die baden-württembergische Variante Zego von ca. 1750 bis tief ins 19. Jahrhundert hinein sehr populäre Spiele und das Elsass gehörte zu den Verbreitungsgebieten, womit die Möglichkeit besteht, dass die Ausgangsidee tatsächlich vom Tarot stammt. Punkt. Punkt. In England wurde der Joker lange Zeit als Jester bezeichnet. Joker werden gewöhnlich nur bei Spielen mit 52 oder mehrmals 52 regulären Karten verwendet. Bei Spielen mit reduziertem Blatt gibt es meist keine Joker. Ausnahmen sind Euchre und eine Variante des Spiels Doppelkopf. Im deutschen Blatt gibt es generell keine Joker. Bei einigen Spielen mit deutschen Karten wird der Valley als Joker verwendet. Vor 1850 ist das Vorhandensein von Jokern nicht belegbar. Seit diesem Datum entwickelte sich in den USA das Spiel Euchre. Hierbei wurde der Trumpfbube als Bauer bezeichnet. Die modifizierte Form war nun eine neue Karte. Als höchster Wert des Spiels war der Bestbauer geboren, der Vorläufer des Joker. So wurde nun die alte Grenze des 52er-Spiels gesprengt und eine 53-STE-Karte eingeführt. Der erste amerikanische Joker bzw. Bestbauer wurde 1857 von dem Spielkartenhersteller Samuel Hart in New York dem Spiel London Club Pack beigefügt. In Europa kam der Joker etwa 1880 in Mode. In Belgien wurde er erstmals am 14. Juni 1882 in der Firma Messmakers erwähnt bzw. produziert. Also warst du das ganze calendar. Vielen Dank.